An die Anführer der Rebellen. Ich wurde gefangen, aber das entmutigt mich nicht. Zudem habe ich sehr wichtige Informationen. Wie sich gezeigt hat, ist die Schwäche des Imperiums irgendwie... Yeah, yeah, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Gewicht heben. Wow, das ist nicht die Turnhalle. Wow, ähm, Heilprinzessin, schon lange nicht mehr gesehen. Mit wem redest du? Ja, egal, ich denke, ich werde dann einfach hier Gewicht heben. Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber es ist immer gut, ein bisschen Muskelnmasch hier aufzubauen. So, einen Punkt für mich. Eins? Wie mädchenhaft. Zählt trotzdem! Oh, ich hab'n Krampf, ich hab'n Krampf, oh, ich hab'n... Okay, er ist endlich weg. Die Schwäche des Imperiums ist... So, ich werde jetzt mal überprüfen, ob hier alles in Ordnung ist. Ah, das ist... Wow, was ist das? Ah, das ist gut. Ah, das sieht auch sehr gut aus. Ah, das fühlt sich für mich auch sehr gut an. Und... Das fühlt sich für mich auch sehr gut an. Verpiss dich! Ich bin noch nicht entmutigt. Die Schwäche des Imperiums... Hey, soll ich dir ein Steak machen? Nein! Die Schwäche des Imperiums... Bist du sicher? Ja! Schwäche des Imperiums... Steak-Zeit! Ah, was ist denn... Hast du gerade mit dieser Glocke geklingelt, die nur klingelt, wenn du willst, dass ich mit dir rede? Das ist... Nein, ich hab' nicht mal eine! Jetzt aber schon! Yeah, das war Blues. Es war genauso bluesig wie deine Bluse. Beim nächsten Song widme ich mich den Blumen. Hey, funktioniert deine Glocke? Ist mir scheißegal! Kann ich eine Glocke haben? Nein, Mr. Kenchmink! Also, hattest du mal das Bedürfnis, ein Date mit einem deiner Bewacher zu haben? Ja, ich würd echt gern diesen süßen daten. Du weißt schon, Rich... Ah, mein Raumschiff startet gleich. Naja, wir sehen uns dann in sieben Stunden wieder. Schlaf gut! Okay, neuer Plan. Holt mich hier raus. Jetzt! Hey, hab ich hier meinen Helm vergessen? Was? Nein, du hast ihn an! Du hast ihn immer an! Wa... Moment, ist... Ist das eine Kamera? Was? Nein! Keine Sorge. Weil du es bist, werde ich es dem dunklen Lord nicht verraten. Eigentlich... solltest du das besser deinem Boss zeigen. Denn er wäre wirklich stolz auf dich. Meinst du? Ja. Ähm, hören Sie, Sir, ich kann das alles erklären, das war einfach nur... Was ist passiert? Wisst ihr, ich schlaf bei solchen Filmen immer ein, also... Könnt ihr nochmal zurückspulen? Ja, ja, ja! Schnauze, Larry! Nein, nein, nein! Das war einfach want. Ja, nein. Jadi, Joy, wir wollen nicht Lady alden. Wir wollen nicht polygotherisch. Wie die Upps próximo verdadero geh? Das war ja schwer.